Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich bin der DSD Steve und... Euer Let's Play Retrovert. Ja, wir haben jetzt Luxra dabei, denn das ist Level 68. Und wir haben uns überlegt gehabt, dass legendäre Fangeln der Legis, was für ein Wortspiel, mit Mewtwo oder Deoxys zu beginnen. Mewtwo und Deoxys haben hier eine Chance von 1% aufzutauchen. Und sie sind jeweils Level 70. Das sind die einzigen Pokémon, die ein so hohes Level haben. Die anderen sind Level 60. Naja, ich glaube, Rayquaza zum Beispiel. Also es gibt bestimmt noch ein paar andere auf Level 70. Wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht alles nachgeguckt. Wir wollten ursprünglich mit Arctos anfangen, weil der ja im Englischen auch Articuno heißt und Nummer 1 und so. Und das hätte eigentlich auch gepasst, weil Arctos ist ja auch ein regulären Spielverlauf. Also für viele von uns, die damals wieder in der Roten und Blauen aufgewachsen sind. Das erste Legendäre, das man fängt. Aber naja, es ist eben 10 Level drunter, also es ist auf Level 60. Und das würde jetzt gerade spontan zu viel Aufwand bedeuten. Ja. Deswegen verschieben wir das einfach und ja. Ich sage jetzt einfach mal, wir werden wahrscheinlich mehr Schutz verbrauchen, als Steve dabei hat. Wir werden natürlich jetzt nicht on-screen die ganze Zeit hier rumlaufen. Wir dachten uns so maximal vielleicht 3, 4 Minuten oder so. Schauen wir mal, ob es live erscheint. Und danach cutten wir in den Kampf direkt rein. Wir werden pro Part ein Legi machen, unabhängig davon, wie lange das dauert. Ich denke mal, insgesamt wird sich das Ganze ausgleichen. Vielleicht jetzt mal ein Part, der nur 5 Minuten ist. Dafür kommt dann wiederum ein Part, der keine Ahnung, 40 Minuten lang ist. Oh, und da haben wir auch etwas. Ja. Ist das schillernd oder sieht das einfach nur seltsam aus? Das ist Dark Mewtwo. Er hat die Legis alle zu Dark gemacht. Das sieht bei einem Paar ganz cool aus, bei einem Paar richtig dämlich. Bei Kyogra zum Beispiel sieht das richtig geil aus. Ja, Mewtwo. Flottball. Der Ball ist schneller als Mewtwo's Schatten. Ja. Das ist die Sozialfähigkeit von Mewtwo. Und ich denke mal, Luchstras ist tot. Na? Ist ganz cool, dann können wir zu... Oh. Es war ein Volltreffer und es hat ihn nicht getötet. Ja, da kommt noch ein Nerf-Lotball. Du zählst bitte mal die Runden mit. Damit wir wissen, ab wann wir Timer-Bälle werfen können. Wir würden das ab 30 Runden haben. Ja. Ja, Luchstras. Du hast einen tollen Job gemacht. Dein Sprite gefällt mir immer noch sehr. Ja, nächstes Pokémon einsetzen. Pedramon. Pedramon. Das Schlimme ist, ich glaube, eine Kreuzschere bringt Mewtwo um. Das bringt Mewtwo zweimal um. Mach doch einfach Trugschlag oder Zerschneider. Was ist Schutztausch? Was ist das? Er tauscht alle Veränderungen seiner Verteidigung und Spezialverteidigung mit dem Ziel. Aber er hat ja... Ja. Klingt jetzt auch nicht so prall, muss ich ganz offen sagen. Klingt ja nicht ganz cool. Der Gegner hat ja zwei, dreimal irgendeinen Quatsch eingesetzt. Ja, also grundsätzlich kann das schon, denke ich, mal eine mächtige Attacke sein. Ich muss ganz offen sagen, ich habe die vorher noch nie gesehen. Ist das so eine Legi-only-Attacke? Das könnte durchaus sein. Schutzaustausch, ja, ich gucke mal nach. Also... Kommt halt schon ein bisschen so vor. Und jetzt Kraftaustausch. Dann stelle ich das gleich nochmal mit den Offensiv... Genau, mit den Offensivwerten. Das heißt, er hat Psycho-Klingeln. Das haben wir vielmal angegriffen, oder? Ich glaube, das gibt es nur hier im Emulator... Äh, in diesem Heck. Das hat auf Poké-Wiki beides keine Hits. Okay. Das wäre aber auch cool, wenn er... Also Schutzaustausch. Ich glaube, ich habe es einfach noch falsch geschrieben. Also mal eigene Attacken einbauen wir natürlich auch zu... Ja, 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 nee, aber... Ich habe mich leider einfach nur verschrieben. Okay. Typ Psycho, seit der vierten Generation. Und in der vierten Generation können Sie lernen... Pantymos, Mewtwo, Natu, Xatu, Xiana und Kirapaten. Ja, und ich muss sagen, Mewtwo kam überraschend schnell mit. Tja, dann haben wir wohl direkt den ersten drei Minuten Part, hä? Mewtwo, Gen-Mutant, Psycho. Mewtwo, Größe 2 Meter, Gewicht 122 Kilo. Die Gene von Mew wurden neu angeordnet, wodurch dieses Pekaman entstand. Es hat ein wildes Herz. Es ist das zweitstärkste aller Pokémon... ...insgesamt. Und die Orks ist das stärkste, oder was? Genau. Ja. Das war... ...überraschend... ...einfach. Machen wir noch das zweite suchen, oder? Ja. 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 Jetzt sprechen wir direkt mit dem, was wir uns eben vorgenommen haben. Aber naja, also ich meine, komm schon Leute, das waren jetzt drei Minuten und... ...ja, ich war... ...krass. Soviel zum Thema, wir werden mehr Schutz brauchen. Das Schlimme ist... ...ja, das ist ja das Schlimme. Jetzt könnte es nämlich passieren, dass wir noch ein Spideless Mewtwo vor dem D-Oxus treffen. Ja, das ist natürlich auch richtig. Und auf einmal, das passiert nicht. Aber... ...krass. So kann es laufen. Äh... Ja, was soll man zum Mewtwo sagen? Mewtwo war natürlich damals in der ersten Generation einfach nur broken. Ich meine, man hat es auch schon auf Level 70 einfach mal bekommen, ne? Das war damals das höchste Pokémon, was man fangen konnte vom Level. Jupp. Und das konnte man tatsächlich relativ schnell auf Level 100 trainieren. Ich weiß, damit hat man einfach immer Top-4-Runs gemacht. Gab ja auch sonst nichts, das man noch hätte machen können. Ja. Und ich meine, man hat einfach mit Mewtwo die Top-4 einfach immer umgeklatscht. Komplett. Das war... Das Nervigste dabei war eher, dass man nicht genug AP hatte. Und ich glaube, standardmäßig konnte es immer noch Sternenschauer. Genau. Genesung, Psychokinese und ich glaube Amnesie, oder? Ja. Ich glaube auch, genau, die vier Sachen. Und Amnesie war total krank gewesen auf Mewtwo. Also wirklich richtig, richtig broken. Denn Amnesie hat ja, dadurch, dass der Spezialwert ja damals noch ein Wert war, also Spezialangriff und Spezialverteidigung, hat Amnesie quasi beide Werte zu sagen um zwei gepusht. Und das war bei Mewtwo total albern. Naja, das war auf jedem Pokémon albern, aber bei dem ganz besonders, weil er sowieso schon der Stärkste war und dadurch ja nur noch stärker geworden ist. Ja. Und noch, äh, also... Mewtwo war ja... Tatsächlich nicht, wie das wirklich ging. Tatsächlich, jeder, wie Mew hatte, hat es via Cheat-Modul gehabt. Naja, entweder via Cheat-Modul oder es gab auch tatsächlich, äh, ich glaube, 99 oder 2000 gab es auch so eine Tour, wo man dann hingehen konnte und dann konnte man sich das auf seinen Gameboy ziehen lassen. Okay, das hat bei uns niemand gemacht, muss ich dazu sagen. Also, das Blöde war ja, die Touren, die waren auch irgendwie immer nur einen Tag und die waren ja auch nicht überall, ne? Also stellenweise, ich weiß nicht, wo du da hättest hinfahren müssen, das ist ja das Schwierige, ne? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass bei uns war eine Tour und genau an dem Tag, als die Tour war, waren wir auf Klassenfahrt. Ich habe auf jeden Fall mega gekotzt, ja. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber... Aber naja, gut, später hat man sich dann einfach das Cheat-Modul geholt und... Ja. Ich denke mal, wir cutten dann jetzt einfach mal. Genau. Eine Woche und fünf Newtos später... Dioxys. Und noch eine kleine Erkältung für mich, also... Eventuell hört man es, oder ich werde zwischendurch mal husten, aber... Äh, ich glaube nicht, dass ein Donnerzahn den umbringt, oder? Nicht von einem, der ein niedrigeres Level hat. Ist das eigentlich irgendeine spezielle Form, oder ist das die normale Form von dem, oder? Ich weiß es nicht, ich habe mir noch nie einen Dioxys selbst besessen, und... Dioxys sieht auf jeden Fall ganz schön unheimlich aus, wirklich wie aus einem Science-Fiction-Film. Es kommt ja auch aus dem Weltall. Ja, Pipi auch. Sieht Pipi so bedrohlich aus? Wow, perfekt! Tja, und du wolltest irgendwas von... Was war das? Donnerwelle? Ja, hast du deine Donnerwelle? Sogar integriert. Und wir haben vergessen, Flirtbälle zu werfen. Der wäre eh nicht drin geblieben. Ja. Jetzt können wir noch einen Tugschlag machen? Ja, aber keine Ahnung. Also ich glaube, Frodeoxens hätte ich Angst. Ja, klar. Denn das Ding Frodea steht. Ich glaube, das zerquetscht schon einfach deinen Kopf mit seinen Gedanken. Nein, das würde Mewtwo machen. Ja. Aber... Der würde einen mit seinen Tentakeln vergewaltigen. Wenn man in einer Hentai-Welt leben würde, auf jeden Fall, ja. Hey, es gibt eine ganze Menge perverse Aliens im Pokémon. Zum Beispiel Pipi. Ähm, aber Dioxus ist das... Nee. Ist es Dioxus? Oder was? Ach, Chaos. Nee, nicht Dioxus ist stärker als Mewtwo. Arzois ist es. Wer? Arzois. Oder Archeos. Ja, ich glaube, eher Archeos. Ich glaube, die Aussprache ist offiziell nicht geklärt. Das heißt, die ist offiziell nicht geklärt. Also ich meine, die Frage ist halt, wie der im Japanischen heißt. Und das ist halt sein Name. Ansonsten gibt es halt eine deutsche Version und eine englische. Und die englische wäre dann wahrscheinlich sowas wie Arcoos oder sowas. Oder Arzus. Naja, das Problem ist, beides würde gehen. Rein von der Schreibweise her. In Deutschland kann man natürlich auch Archeos oder Arcois sagen, aber... Ich finde, dass Archeos besser klingt. Also ich meine, im Lateinischen spricht man ja Vokale getrennt voneinander aus. Und ich finde, das passt auf so ein mächtiges Wesen besser. Da könnt ihr eure Meinung ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die Oxys, du hast drin zu bleiben. Das wird wahrscheinlich wieder ein ganz langer Part. Wir sind ja immer noch im Jutu-Part. Ja, ich weiß. Was? Psycho... Psyban. Die Attacke hat keine Wirkung. Ach nee, schade. Wir sind auch... Nein! Das ist ja geil. Er hat seine Paralyse einfach an uns weitergegeben. Aber na gut, das Ende ist nicht so viel. Einfach Bälle schmeißen und... Das ist aber eine interessante Attacke, so von sich aus gesehen. Vielleicht macht er sie ja nochmal und dann ist er wieder paralysiert. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, irgendwann muss er es machen. Weil er für nichts anderes mehr AP hat und... Ja. Was in mich auch immer Frage ist, wenn man das Pokémon gefangen hat, warum geht man eigentlich nicht hin und sammelt all die fehlgeschlagenen Pokébälle ein? Naja, du musst es dir so vorstellen, dass das Pokémon den Ball irgendwie wegschlägt oder der Ball wird unbrauchbar. Ich meine, es ist zur Hälfte drin und dann befreit es dich wieder draußen und der Ball fliegt gegen irgendeine Felswand oder so oder... Aber wäre es dann vielleicht nicht mehr sinnvoll, anstatt Bälle mit höheren Fangraten zu entwickeln, Bälle, die man wieder benutzen kann? Aber wieso? So müssen die Leute doch viel mehr Pokébälle kaufen. Das ist ja gerade der Sinn und Zweck, ne? Dass die Leute immer schön viele neue Pokébälle kaufen. Ein Pokéball darf keine besonders hohe Halbwertszeit haben. Ich meine, wäre ja auch interessant, ob es eigentlich mehrere Unternehmen gibt, die Pokébälle herstellen oder gibt es nur ein Unternehmen? Naja, ich glaube, in den Spielen gibt es ja immer nur ein Unternehmen, oder? Die Silvco zum Beispiel. Wobei, ne, es gibt mehrere, oder? Ich meine... Oh, komm, ich hätte doch echt drinnen bleiben können. So gesehen gibt es halt in jeder Region ein anderes Unternehmen, wahrscheinlich. Aber vielleicht gehören die auch einfach alle nur zu einem großen. Ja, stimmt, es gibt... Dann gibt es zum Beispiel ja einmal diesen Kurt, der Bälle herstellt, also die er selbst herstellt. Genau, stimmt, der kann ja irgendwie aus Aprikocos irgendwie Bälle anfertigen. Ja. Dann gibt es noch... Was ist denn noch? Ja, genau, die Silvco stellt Bälle her. Dann wiederum in der dritten Gen, das Unternehmen, stellt auch Bälle her. Also sind definitiv schon verschiedene Unternehmen, die die Bälle herstellen. Dennoch machen die eine Preisabsprache. Das wäre ja in Deutschland verboten. Denn die Bälle kosten immer gleich viel. Naja, da hast du natürlich recht, Steve. Aha. So decken wir das hier auf. Kapitalverbrechen in Pokémon. Naja, noch 15 Runden oder so, und du kannst dann mal langsam Bälle schmeißen. Timer-Bälle. Ja, und Psi-Bahn funktioniert leider nicht, wenn er keinen Status hat. Das ist natürlich echt blöd. Das wäre aber echt ziemlich cool. Oh nein, ich habe mich selbst paralysiert. Ich hoffe, dass der insgesamt genug AP hat. Ich weiß nicht, wie Psi-Bahn hat. Hm, naja, ich meine, das ist zwar jetzt keine besonders starke Attacke, aber es ist schon eine sehr spezielle, ich glaube maximal 20. Aber es ist egal. Äh, Deoxys. Du bist unser. Deoxys. DNS. Größe 1,7 Meter, Gewicht 60,8. Ein außerirdischer Virus kam mit einem Meteor auf die Erde. Sein DNA mutierte. So entstand Deoxys. Hm, ich dachte eigentlich ja, dass so diese ganze Zombie-Seuche entstanden wäre. Hm, anderes Pokémon-Spiel. Ja, aber die Tentakelwesen sind so auf die Welt gekommen. Und vielleicht sind ja Tentoxa seinen Untergebenen. Oh, Tentoxa ist das höher entwickelte Deoxys, es hat ja noch mehr Tentakel. So. Wir wollen Deoxys keinen Spitznamen geben. Dann hoffe ich, hat euch das Doppel-Legi-Einfangen gefallen. Ich war DSD-Steve und... Euer Let's Play Retrovert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.